Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video gehen wir auf den Versandprozess in JTL-Wawi ein. Im Verlauf des Videos werden wir mehrere Aufträge ausliefern. Einer unserer Aufträge wird dabei aus zwei verschiedenen Lägern bedient, da wir in unserem Standardlager nicht genügend Lagerbestand haben. Alle unsere Aufträge sind bezahlt, komplett lieferbar und die Artikel sind in ausreichender Anzahl in unseren Lägern verfügbar. Wir wechseln zu Versand, Lieferbare Aufträge. Hier finden wir alle vollständig lieferbaren und bezahlten Aufträge. Wir markieren zuerst alle Aufträge, die wir ausliefern möchten und klicken dann auf Ausliefern. Nun öffnet sich das Auslieferungsfenster. Da wir in diesem Tutorial noch keine Teillieferungen besprechen, wählen wir im Dropdown keine Teillieferungen so aus. Mit einem Klick auf Lager wählen öffnen wir die Lager- und Lieferantenauswahl. Hier steuern wir aus welchen Lägern und von welchen Lieferanten aus unsere Aufträge bedient werden. Standardmäßig werden alle Läger und Lieferanten bei der Auslieferung der Aufträge mit einbezogen. Schauen wir uns die Auswirkungen der Einstellungen genauer an. Hierzu deaktivieren wir alle Lieferanten und Läger außer unserem Standardlager und bestätigen unsere Einstellungen mit einem Klick auf Neu reservieren. Wir können jetzt nicht mehr alle Aufträge problemlos ausliefern. Wir haben also in unserem Standardlager nicht genügend Artikel, um alle Aufträge vollständig bedienen zu können. Schauen wir uns den Auftrag 129 genauer an. Wir sehen, dass wir den Auftrag, wenn wir ihn aus unserem Standardlager heraus bedienen, nur teilliefern können. Da wir Teillieferungen aber deaktiviert haben, stellt dieser Auftrag ein Problem dar. Wir haben jetzt verschiedene Lösungsmöglichkeiten. Wenn wir uns die Auftragsposition näher anschauen, sehen wir in den Positionendetails genau, wie oft unser Artikel in welchem Lager zur Verfügung steht. Wir schauen uns nun die verschiedenen Lösungsmöglichkeiten an. Erstens können wir wieder in die Lager- und Lieferantenauswahl wechseln und unsere Läger für die Auslieferung aktivieren. Wir bestätigen mit einem Klick auf Neu reservieren. Wir sehen, dass der Auftrag jetzt problemlos ausgeliefert werden kann. Zweitens können wir für jede Position individuelle Anpassungen vornehmen. Wenn wir zum Beispiel festlegen wollen, dass wir aus unserem Kölner Lager nur vier Artikel ausliefern und dafür aus unserem Hamburger Lager einen ausliefern, können wir das in den Positionendetails machen. Drittens können wir in der Positionenliste Anpassungen bezüglich des Lagers, aus dem ausgeliefert werden soll, machen. Dafür machen wir einen Doppelklick in der Spalte Lagerlieferant und wählen dort unser Kölner Lager aus dem Dropdown aus. Jetzt wurden alle unsere Anpassungen, die wir vorher in den Positionendetails gemacht haben, überschrieben und JTL-Wawi bedient diese Position nur aus dem Kölner Lager. So können wir mit dem Lager- und Lieferantenauswahlfenster den Warenfluss global für alle Aufträge in der Liste steuern. Mit der Positionenliste und den Positionendetails steuern wir hingegen die Auslieferung der einzelnen Aufträge. Wir entscheiden uns für Lösung 3 und passen die Positionsdetails für unseren Beispielauftrag an. Wir sehen, jetzt können wir alle Aufträge ausliefern. Wir kontrollieren außerdem, ob der Haken für die erweiterten Einstellungen aktiviert ist und klicken auf OK. In den erweiterten Optionen aktivieren wir die Checkbox Pro Lager einen Lieferschein erzeugen. Das bedeutet, dass für jeden Auftrag, den wir ausliefern, pro Lager ein Lieferschein generiert wird. Für jeden dieser Lieferscheine gelten die von uns definierten Ausgabeoptionen. Also wenn wir zwei Lieferscheine für zwei Läger erzeugen, werden auch zwei gedruckt und gespeichert. Dann klicken wir auf OK und die Auslieferung ist damit abgeschlossen. Im Ordner Versendete Lieferscheine finden wir nun unsere gerade erzeugten Lieferscheine. Für unseren Auftrag 129, den wir aus zwei Lägern auslieferten, wurden auch zwei Lieferscheine erzeugt. Die Lieferscheine erhalten die Nummer vom Auftrag und zusätzlich eine dreistellige Durchnummerierung. In jedem Lieferschein werden genau die Positionen gelistet, die aus dem jeweiligen Lager auch ausgeliefert worden sind. Dies war ein Videotutorial zum Versand in JTL-Wawi und ich freue mich darauf, Sie in unserem nächsten Video begrüßen zu dürfen.